grüß euch leute zum neuen video die dose ist noch so gefüllt wie sie gefüllt worden ist 20 kommt noch für das neue video hier mit rein ja ein bisschen bucofra normal fixet sogar 1 plus 1 freispiele gab es sehr cool 20 euro hier dafür rein bisschen tisona noch zum schluss waren natürlich schlechte runden tisona aber muss man auch mal sehen und zeigen ja wenn man sich so die videos anguckt kriegt man schon mal lust wieder zu zocken muss ich ehrlich sagen aber man muss sich halt vor augen halten wie viele stunden man dort verbringt wie viel geld man buchen muss dass man überhaupt erstmal los spielen kann und wenn jetzt die hallen wieder aufmachen irgendwann ich schätze mal vor mai wird das nichts also ich bin ziemlich sicher dass sie im april noch zu bleiben sind ja alle umgestellt also alles nur noch mit pin code oder karte von daher wird da sowas von ätzend dass ich wenn ich das überlege ich gar keinen bock habe das andere ist es gibt einen neuen glücksspiel staatsvertrag und es soll eine deutschlandweite sperre geben also man kann sich in allen spielhallen sperren mit nur einer sperre das soll ab 1. juli in kraft treten sehr coole neuerung muss ich ehrlich sagen da bin ich echt mal gespannt also ich werde euch weiter auf dem laufenden halten nun viel spaß in dem video bis demnächst johnny zockt nicht mehr ciao muss er leider nicht muss er nicht jetzt fahrer mit fliege angefangen dann wenigstens fünf weiter das war ja schon mal ein anfang ja vierer wäre ja schon mal gut schon schlimmer gelaufen und daher kann man sich nicht beschweren 50 sind zwei spiele 10 1 voll 4 3 jetzt 60 sind mal gucken gucken ah gucken wir mal werden wir gleich sehen ein dreier zahl da noch einer verlängert nicht aber bei magic hat er gut verlängert ja nochmal voll alter langsinn ein schiebe ein schiebe ein schiebe ein schiebe er ist auch mal bei 16 weiter darf man lassen gucken wir mal ob er reingeht ein schiebe ein schiebe ein schiebe ist gerade noch ein bisschen dran So, ich brauche auch. Vielleicht stelle ich auch noch mal fix das, dann leide ich mich noch mal. Ich werde nämlich auch ganz auf. Mal gucken. Okay, leider ist es geil. Vielleicht mache ich auch einen Euro. Entweder der kommt oder der kommt nicht. Komm. Ich probiere die Leiter gar nicht, weil ich weiß nicht. Wenn der Freispiele gibt, dann geht es am meisten mit der Leiter nicht. Oder was ich auch oft gemerkt habe, wenn ich die Leiter einmal drücke, dann ist das total so. Darauf habe ich keinen Bock. So zeigt er ja irgendwann, was er geben werde, was auch nicht. Oh, das geht glaube ich gar nicht fix das rein. Aber keine Ahnung, wo ich meinen, das ist 40, 40 Gold und ich 30, 30 oder... naja. Das ist ja auch mal 80 Cent. Er hat ja 500 Millionen im Gepick. Am besten natürlich nur freispielen. Das wäre genial. Ja. Jetzt kommt die Pause. Schätze. Aber ich mache hier einen Cut und wechsle wahrscheinlich das Spiel. 200 ist halt auch so eine Summe. Gefährlich, weiter zu spielen. Auf. Komm, mach schon rein. Auf. Also. Bis nachher. So, ich habe nicht alles runtergepackt. Hab hier 80. Nix. Noch nix. Hab 80, 90 rausgelassen und jetzt... So, ich habe jetzt wieder 30, 30. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Nix. Schade. Direkt nix der Drehung. Auf. 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 Hier, was mache ich jetzt noch? 40, 40, 10, um 10, haben es schon freispiele gegeben. Nicht verlängert. Bis 12 Euro oder so? Jetzt mal gucke. Ich merke mich, wenn es zwei Spiele gibt, weil es ein bisschen langweilig ist, weil es 80 Cent Einsatz ist. Das darf man nicht vergessen. Ganz oft dreimal Regenkäfer oder Flaylau. Welche Schläge gibt es jetzt? Ah, mal gucken. Ich merke mich, wenn es zwei Spiele gibt, vielleicht wechsle ich uns das Spiel. Mal gucken. Ich bin hier drin. Also bis nachher, Leute. Ich würde das nicht glauben. 1 plus 1, erste Drehung. Bei der HTF 20 bis 20, erste Drehung, zwei Bücher gemacht. Auf 30, 30 glaube ich auch. Auf 50, 50 auch. Auf 60 nicht. Auf 80 auch nicht. Und auf 1 auch jetzt auch. Dann habe ich gesagt, komm ich probiere alle Einsätze. Das habe ich jetzt auch gemacht. Dann ist es reingegangen. Wenn er nicht verlängert und keine Feuerbücher gibt, dann wird es leider nichts. Und es sieht schlecht aus. Ja, es sieht besser aus. Die hier die Kakerlake. Jetzt hoffentlich nur Feuerbücher. So lang, wir kämpfen mit dieser Giste hier. Komm, ho rein. Ach. Wenigstens ein Fall hoch. Die zehn Spiele habe ich ja noch. Ja. Ja. Ja, wenigstens drei. Komm, noch ein Fall hoch. Das wäre ja schon mal was. Ah. Mist. Jetzt brauche ich Verlängerung. Jetzt brauche ich Verlängerung. Schade. 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 Auf jeden Fall weiter. 1 plus 1. Oder 50, 50. Jetzt erstmal 1, 1. Aber mit der ersten Drehung, das ist nicht übel. Goldschwert und Verlängerung. Egal. Aber mal gucken. 30 Euro hat er ja schon mal. Ja. So die kleinen hinterherkommen. Aber wie oft hatte ich schon zehn Spiele und kein einziges Goldschwein. Jetzt gab es wenigstens eins. Aber er ist auch noch nicht bei 30 Euro angelangt. Na. Na, immerhin. Immerhin. Ah, jetzt noch 1, 2 reinhaut. Ah, schon nice. Jetzt sind wir beide 30 Euro, die ich schon hatte. Nein. 5. 4. 1 Goldschwert, sehr schön. Aber eins allein bringt nichts. Also seltenlos. Ja. 15, 30 Cent. Puh. Ja, der ist hartnäckig. Genau dieselbe Summe. Na, ich lass mal noch 40 Cent vielleicht ein bisschen laufen. Da gab man mal mit 40. Also 60 Cent bezahlt. Wahnsinnige 60 Cent. Da hab ich einfach gesagt, komm 60. Genau 18 Euro drauf. Aber das sieht auch nicht gut aus. Kein Messer. Aber noch keins. Na ja, mal gucken. 90 Cent. Alter. Das ist übel. Das ist übel. Das ist übel. 30 Euro lief am besten. Da waren drin. Ja. Geht aber ganz oft dran. Das muss man schon sagen. Ja, aber über 30. 33 Euro hat er das alles nie geschafft. Ja, aber immerhin. Schwerter. Nein, wenn er jetzt 30 Euro macht, lass ich alles raus. Bringt nix. drin. Nein. Boah. Knapp. 5 Spiele machen. Große Schwert hier spielen. 2. 2. Und dann noch 2. 2. 2. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 5 Leider. 1. 5 2. 1. 2 2. 1. 2. 2. Immer hin, immer hin, die Pferde und die Burgen sind immer gut. Sieben Spieler noch. Sehr gerne, da kommt was, kommt. Auch nicht so der Burner. Großes Schwert. Nein, sieht man leider. Ein Spiel noch. Jetzt mal Schwert vorbei laufen. Doppeltdrehung wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.